Hier soll, wie auch schon in vergangenen Diktaturen, das Volk sich gegenseitig misstrauen. Es wird hier ein Keil in das Volk getrieben. Das Erstübken, das ist eine Spaltung der Gesellschaft, was Sie hier machen. Wenn Sie Ihren Kampf gegen Extremismus ernst meinen würden, dann könnte man dort jede Art von Extremismus melden, weil dafür stehen wir. Wir sind gegen jeden Extremismus. So, liebe Freunde, bleibt standhaft, wir bleiben es auch. Und wir sehen uns allerspätestens, es wurde schon so oft gesagt, aber man kann es sich, oder man muss es immer wieder sagen, am 29.08. in Berlin zur großen Freiheitsdemo, denn wir sind das Volk. Vielen Dank Lars, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast. Von vielen Teilnehmern auf der Demo in Berlin, aber auch von anderen Teilnehmern von anderen Corona-Demos rund um die Republik, habe ich bereits gehört diesen Ausspruch, die Stimmung hier ist wie 89. Und auch im Internet werden immer wieder Vergleiche gezogen zwischen den Freiheits- und Corona-Demos und den Montags-Demos von 89. Passend dazu möchte ich euch folgenden Netzfund vorlesen. Von den Demonstranten in Berlin oder auch den anderen Corona-Demos zu verlangen, sich an Maske und Abstandsgebote, also die Symbole der angeblich neuen Normalität zu halten, ist als hätte man von den Teilnehmern der Montags-Demos 89 erwartet, Bilder von Erich Honecker hochzuhalten. So, und jetzt bitte ich Kathi ans Mikrofon. Also, Kathi Nusser aus dem schönen Landkreis Odersprich, habe gerade den Einsatz verpasst. Erstmal danke, ich will es auch ganz kurz machen, wir hatten ja gestern auch eine Demo, und die ging zwar ein bisschen um ein anderes Thema, da ging es eigentlich darum, Tesla, also ihr wisst alle Grün-Heide-Tesla, da werden also Millionen oder wir wissen es nicht, in wieder ein neues Projekt von der Landesregierung gesteckt. Es sollen angeblich Arbeitsplätze geschaffen werden, es wird ein neuer Bahnhof gebaut und wen wundert es, die Bahn hier hält genau an der polnischen Grenze. Die Stellenanzeigen waren bis jetzt auch so, sie suchen Mitarbeiter mit polnischen Sprachkenntnissen. Dafür werden bei uns jetzt in der Region Wald und Seen, 300 Hektar Wald, mitten im Wasserschutzgebiet gerodet, wo diese Firma baut. Es gibt dafür keine Baugenehmigung, also soweit sind wir in diesem Land schon, sondern es gibt fünf Sondergenehmigungen vom Minister, und zwar macht da auch der grüne Umweltminister Herr Vogel mit. Und zwar berufen die sich nur aufs Bundes-Emissionsschutzgesetz 8a. Wie gesagt, es sind Vorabgenehmigungen, es ist nie eine Baugenehmigung erteilt. Ich weiß nicht, wer von euch ein Grundstück hat und er baut mal beim Nachbarn vielleicht auch die Hälfte eine Garage. Ich weiß nicht, ihr kommt nicht bis zum Dach, also ganz sicher nicht, da habt ihr vorher ein Problem. Und wenn ihr einfach mal so Bäume bei euch abhaut, die schon ein bisschen älter sind, habt ihr auch ein Problem. Aber es geht halt alles, wenn da ein gewollter Investor hinkommt, der muss auch dann für den Baugrund nicht ordentlich bezahlen, ist alles gar kein Problem. Wir ruinieren auch eine ganze Region, bei uns ist die Arbeitslosenquote unter drei Prozent. Das heißt, wir haben eigentlich Vollbeschäftigung. unsere Handwerksfirmen, die eigentlich Unterstützung bräuchten, bei denen das ist so, die suchen verzweifelt Arbeitskräfte. Und ganz sicher ist es keine Region, man hätte dieses ganze Projekt, wenn überhaupt, mit diesem vielen Geld, dann vielleicht in die Lausitz bringen sollen. Genau das haben wir der Landesregierung auch vorgeschlagen, aber auf AfD-Vorschläge muss ja nicht reagiert werden. Gesunder Menschenverstand wird ausgeschalten. Deshalb, ihr wart am 1. August alle in Berlin, geht am 29. August auch wieder alle nach Berlin. Und demonstriert friedlich für unser Land, für Brandenburg und auch, dass in so einer Region wie wir oder Spree unsere Leute weiterleben können, weil wir sind alle angetreten und haben gesagt, wir wollen unsere Heimat schützen. Unsere Heimat ist uns was wert und die lassen wir uns auch nicht vom amerikanischen Investor kaputt machen. Ja, vielen Dank, Kathi, dass du heute auch mal bei uns warst. Genau, wie ihr schon mitbekommen habt, Christoph Bernd ist heute nicht da. Das heißt, den krönenden Abschluss überlassen wir heute nämlich niemand anderen, nämlich Daniel Freier von Lützow. Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute was sagen darf. Ich bin natürlich kein Ersatz für Christoph, das ist mir klar. Ja, aber ich versuche heute mal den so genannten Volksverhetzer zu machen und nicht den Volkslobbyisten. Ja, als der gerade nastehe, es ist viel gesagt von Leuten. Ja, gegen Corona geht da auch um Innenpolitik. Ich war letztens am Gardasee gewesen. Wir kamen wieder an der deutschen Grenze, haben zur Tatsache, Bundespolizisten mit MP stehen können. Frühmorgens auf einmal. Aber die haben nicht kontrolliert, ob einer illegal einwandert, ja, sondern Tatsache, deutschen Urlauber rausgezogen und wollten Corona-Tests mit denen machen. Und wehe dem, du hättest dich hier weigert. Ich hab Glück gehabt, ich bin nicht kontrolliert worden, sonst wäre ich heute nicht hier, sondern im Knast. Und ich hätte mich nicht kontrollieren lassen. Ja, aber sowas muss man sich mal vorstellen. Da wird... Jungen Mann, wenn Sie was sagen wollen, ja, Sie können sich die Maske gerne aufsetzen, da sind Sie aber auf der falschen Demo. Ja. So, ich denke mal, die Ordner werden den jungen Mann der Demo verweisen. Ja, und wenn er der Meinung ist, er muss eine Maske tragen, den Maulkorb, dann soll er halt gerne tun, aber nicht hier auf unserer Demonstration. Wie gesagt, es ist eine Menge gesagt worden, lasst euch von sowas nicht ablenken. Das ist noch nicht so schlimm, wie es im Landtag ist. Ob man da alles sich anhören muss. Die Leute tragen von den Kameras auch einen Maulkorb, ja. Aber so wie die Kamera aus ist, kuscheln sie miteinander. Ja, das sind die Leute, die euch befehlen, einen Maulkorb zu tragen. Im Bundestag geht gleiche, ja, da wird kein Maulkorb getragen. Und in Berlin habt ihr auch noch das auch nicht. Aber jedenfalls in Berlin eine Sparkasse, da kommt er ohne Maulkorb nicht rein. Und draußen stehen die alten Leute. Die wirklich alten Leute stehen da draußen und schwitzen bei so einem Wetter, wenn sie eine Sparkasse wollen, Geld abholen wollen. Eine andere Möglichkeit haben sie ja nicht, ja. Und stehen da und kollabieren fast. Und wenn so ein Mann hier sagt, ja, ich soll überlegen, was ich sage. Ich weiß genau, was ich sage. Ich war letztens an meinem Vater im Krankenhaus gewesen. Was meint ihr denn, was das für eine Farce war, dort reinzukommen? Was man da nicht ausfüllen muss? Und dann laufen die Pfleger drinnen ohne Maulkorb rum. Ja, die Kranken laufen ohne Maulkorb rum. Ja, aber du musst erst mal, wenn du als Gasterin willst, den Maulkorb hoch sitzen. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Und meine Tochter hat mich angerufen und hat sie mir gesagt, Papa, ich muss am Rot an der Schule, ich muss eine Maske tragen. Die musst du nicht. Ich gehe nicht in die Schule, wenn ich eine Maske tragen muss. Ja? Weil auch die Kinder haben schon... Auch die Kinder merken, dass man sich mit dieser Maske anonymisiert. Ja? Und diese Anonymisierung, egal wo man hin ist, das ist doch das eigentlich, was die wollen. Eine Anonymisierung, kein Zusammenhalt mehr im Volk. Das, was wir seit 2015 mit der illegalen Einwanderung von Millionen Bürgern schon angefangen haben, soll jetzt weitergehen. Guckt euch doch mal die Werbung an. Guckt euch einfach mal die Werbung an. Habt ihr doch schon noch irgendeine Werbung gesehen, die ohne Zuwanderer ist? Ja? Man möchte... Man möchte und lange dann da hinführen, dass wir das als normal empfinden. Ich empfinde es nicht als normal. Ja, ich bin in der DDR aufgewachsen, 89, war ich in der 10. Klasse. Ja, ich kenne auch ein soziales Gefühl mehr. Da könnte man zum Nachbarn gehen, wenn man mal die Butter haben wollte, und weil man keine hatte. Guckt euch doch mal heute um. Wer unterstützt denn wen noch? Und da möchte man uns hinbringen. Kein Zusammenhang mehr, weil wenn ein Volk nicht mehr zusammenhält, dann ist es kein Volk mehr. Ich habe letztens im Landtag eine Anfrage gestellt, zu Straftaten in der ERE, Wünsdorf. Das ist die Außenstelle. Da kam eine Antwort, da gab es keine. Keine Polizeieinsätze. Nun kenne ich aber zufälligerweise die Polizisten, weil ich in dem Landkreis groß geworden bin und aufgewachsen bin. Und dann habe sie dem Polizisten gesagt, Mensch, was habt ihr denn da gemacht? Na, vielleicht wollen wir ja auch Karussell spielen. Tatsache wirst du sehr als Abgeordneter von dieser Landesregierung belogen. Wenn du eine Anfrage machst oder versuchst eine Akteneinsicht zu kriegen, wie jetzt viele Abgeordnete von uns, Thema vorerst. Ja, man wird hingehalten. Weil alle Partien nach außen erzählen, ist eine große, große Lüge. Und man muss sich mal reinziehen, der Herr Wolke ist mit zwei Stimmen mehr als gewählt worden. Also nicht, also gerade mal knapp über 50 Prozent der Abgeordneten. Ja, ihm haben sie ja nach sechs Stimmen der Koalition gefehlen. Also nicht mal die waren sich einig, diesen Mann als Ministerpräsidenten, was nicht meiner ist, zu wählen. Ja, auch wieder sehen wir schön. Aber leider dauert das noch vier Jahre. Leider. Und in den vier Jahren werden sie noch genug Schaden anrichten. Man guckt sich einfach mal an. Wir stellen gute Anträge, ja. Ob es Landwirtschaft ist, ob es Umwelt ist, ob es Löschbuchzeug geschaffen ist, um Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, in der Lausitz. Was wird gemacht? Es wird immer wieder, immer wieder. Nee, ihr könnt nicht, ihr seid nicht. Ihr seid zu blöde dazu. Woran muss man sich wirklich anhören. Ja, und das ist das, wo wir anders sind. Wir gehen raus. Wir unterstützen Bürgerbewegungen. Wir Bürger für Bürger. Wie Pegida. Ja, wie Zukunft Heimat. Wir gehen mit den Leuten raus. Wir gehen noch am 28. Am 29. mit nach Berlin. Wir waren ja letztens auch dabei. Ja, da hat man es halt auch wieder gesehen, dass viele Polizisten einfach mit einem Kadaver gehorsam. Na klar, die haben ein Haus. Ja, wir führen gehorsam. Kenne ich alle. Das war lange Zeit bei der Bundeswehr gewesen. Aber als wir nach Hause gehen wollten, wurden wir angesprochen. Es war drinnen, stand nicht. Ja. Und diese Polizisten hatten Helme auf. Bei den Leuten, die friedlich demonstriert haben. Und abends sind 3.000 staatsbezahlte Antifa-Soldaten durch Kreuzberg gezogen und haben 45 Polizisten verletzt. Die gleichen Polizisten, die uns, friedlichen Demonstranten, ja, wegdrängen wollten. Und da muss man mal den Unterschied sehen. Wir zahlen die Steuern, die nicht. Und wenn ich dann hier den Senat rot-rot-grün, dann kann es doch nicht mehr schlimmer kommen. Und auch mit der CDU in Brandenburg haben wir rot-rot-grün, ja. Weil mittlerweile ist die CDU rot geworden. Guckt euch, die ganze CDU habt ihr auch noch an. Die wenigsten. Vielleicht noch im Dorf, ja. Im Dorf, der ist ja konservativ. Aber ab Kreistagsebene hört das oft. Das heißt, es gibt keine, keine Opposition mehr, außer die eine, die vielleicht die weiße von euch kanäliche Wahlzeiten gegen gewählt hat. Es gibt momentan keine andere Opposition. Und diese Opposition wird in der Presse totgemacht. Weil 70 Prozent der Presse gehört den Staatsparteien. Diesen Parteien, die schon lange an der Macht sind, die endlich abgesetzt zu hören. Und dafür kämpfen wir auch nächstes Jahr wieder. Und deswegen stehen wir ständig auf der Straße. Ich stand am Freitag die 16. Woche in Folge mit meinem Ortsverband in Blankenfelde. Zwar sind nur 9-10 Leute, die draußen stehen. Aber ich freue mich über jeden, der da mitsteht. Ja, weil wir zeigen Flagge. Wir zeigen Flagge. Und wir schreien auch weiterhin Flagge, bis dieser ganze Irrsinn mit diesem Corona-Wahn hier vorbei ist. Dieser ganze Irrsinn, wo man die Rentner zwingt, sich zu sozialisieren. Ja, wo man die Kinder jetzt schon zwingt, sich zu entsozialisieren. Und alles so hat. Und natürlich haben wir auch noch politische Themen. Ja, also außer die Corona. Ihr werdet euch erinnern, Lübben haben wir letztes Mal Werbung gemacht. Lübben hatten wir die Demos gegen Fahrverbote. Und dann möchte ich noch zum Schluss kommen. Ich mache noch ein bisschen Werbung. Montag in Zittau, richtig? Montag, wir gehen ja in Zittau. Dann die nächste am 22.8. ist in Brandenburg an der Havel für die Biker. Hoffentlich mit Motorrad und hoffentlich sehr viele. Die nächste Demo gegen Fahrverbote. Und auch hier in Cottbus machen die Bürger für Bürgerrechte. Da wird auch Rechte informiert wieder. Und wie gesagt, am 29. fahren wir alle gemeinsam nach Berlin. Und wir müssen ja nicht auf der Siegelsäule stehen bleiben. Ich sage nur zwei Straßen weiter zum Amt, wo die Dame sitzt, die das alle verbrochen hat. Und Pegida am 17. Mai. Ich danke euch. Und vielen Dank an eure Damen und Herren. Applaus Genau, also wir sind jetzt am Ende unserer Veranstaltung. Daniel hatte ja gerade schon die nächsten Termine durchgesagt. Ich sage es jetzt einfach trotzdem nochmal mit an. Also am 10.8. Zittau Marktplatz. Am 17.8. in Dresden auch den Neumarkt. Ist wieder Pegida-Veranstaltung. Dann am 15.8. machen wir von Bürger für Bürgerrechte nochmal eine kleine Veranstaltung. Da treffen wir uns 13 Uhr an der Europakreuzung dort beim Autohaus. Da machen wir eine gemeinsame Radtour und eine gemeinsame Strandreinigung. Einfach um gemeinsam dafür beizutragen, dass die Stadt ein bisschen schöner bleibt oder schöner wird, sagen wir es mal so. Applaus Genau, am Sachsen-Dorfer Badesee machen wir jetzt unsere erste Aktion. Genau, dann am 22.08. findet wieder unsere nächste Kundgebung statt. Ich denke, die wird auch wieder um 15.30 Uhr stattfinden. Genau, also am 22.08. um 15.30 Uhr. Und wie heute schon so oft erwähnt, am 29.08. findet dann die Demo in Berlin statt. Da haben wir auch eine Liste ausgelegt. Das heißt, wir fahren wieder als Bürger für Bürgerrechte mit einem Bus dorthin. Wer mit dem Bus gerne mitfahren möchte, kann sich gerne in die Liste, die am Stand liegt, mit eintragen. Genau, und wie immer am Ende der Veranstaltung möchte ich gerne mit euch zusammen die Hymne singen. Und dafür bitte ich nochmal alle Redner hier ans Mikrofon. Much an mit Deutschland! Nie Der Versuch war es wert. Vicky in die Mitte, in die Mitte, Vicky. Freiheit und Recht und Freiheit, für das deutsche Vorderland. Da lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Freiheit und Recht und Freiheit, Sinn des Glückes und Erfangenheit. Blüht im Ganzen dieses Glückes, blüht euch als Vaterland. Ja, vielen Dank, dass ihr alle hier wart, kommt alle gut nach Hause, kommt zu unseren nächsten Veranstaltungen und hiermit ist die Veranstaltung offiziell beendet. So, für alle zum Verständnis hier, der Livestream, der war ja abgeschmiert, das Handy kocht wieder hier. Wir haben an unserem Stand auch noch Kaffee und Kuchen oder was zu trinken, wenn ihr was haben wollt, kommt gerne zu uns. Ja, dann habe ich jetzt noch ein Video gemacht, als zweiten Teil, das Handy kocht hier. Ja, beschissen ist das bei so heißem Wetter, ja. Die Handys werden nicht genügend gefühlt, weil die Prozessoren haben keine Ventilatoren, ne. Und bei 60 grad schmieren die eben halt ab, ja. So, ich wünsche euch noch was aus Cottbus, einen schönen Abend und man sieht sich morgen in Chemnitz, 19 Uhr, vom Rathaus zum Spazierengehen, denn Spazierengehen ist gesund. Bis dahin verbleibe ich euch, da Kalle. Und tschüss.